Schauspielerin und Regisseurin Heidelinde Weiß ist tot. Die Österreicherin starb am Freitagnachmittag im Alter von 83 Jahren in ihrer Wohnung. Die Todesursache, Herzversagen. Heidelindes Schwester Ingrid Weiß bestätigte den Tod gegenüber Nachrichten 360, meine Schwester ist gestern früh nach einem Schwächeranfall ins Krankenhaus fiel nachgekommen. Am Abend ist sie leider gestorben. Dreimal hatte Heidelinde Weiß bereits den Krebs besiegt, nun kam ihr Herztod völlig überraschend, sagt Schwester Ingrid Weiß. Heidelinde Weiß ließ bei ihrem Nachnamen das zweite Ess weg. Der einzige Trost ist, dass sie nicht gelitten hat. Wir wissen noch nicht genau, woran sie gestorben ist. Im letzten Jahr hatte sie immer wieder kleine Schwächeranfälle, das war ein Auf und Ab. Die Ärzte stellten fest, dass sich Metastasen in ihrem Kopf gebildet hatten. Zu ihrer Erfahrung mit den Krebserkrankungen sagte Heidelinde Weiß anlässlich ihres 80. Geburtstags zu Nachrichten 360, Ich sehe das ganz brutal irdisch. Ich hatte Glück, gute Ärzte und eine tolle Familie. Und null Punkte gehören zum Leben. Ich bin nicht geboren, um nur durchs Leben zu tänzeln. Die Heidelinde Weiß trat in zahlreichen Filmen und TV-Serien auf, hatte Gastauftritte in Serien wie Der Alte, Derrick und das Traumschiff. Ihr Kinodebüt gab sie 1959 in dem Film Ich heirate Herrn Direktor, in dem sie eine strebsame Stenotypistin darstellte. Bereits als 16-Jährige stand sie erstmals auf der Bühne. Auch als Sängerin, Sprecherin von Hörspielen und als Regisseurin war Weiß erfolgreich. Ihre große Liebe aber galt dem Theater, dafür sei sie Schauspielerin geworden, sagte Heidelinde Weiß in einem Interview vor rund einem Jahr, das war für mich das asufrigendste. Mit dem Film habe ich nie gerechnet, das war wie ein Geschenk, das mir gegeben wurde. Erst im vergangenen Jahr war ihre Biografie Das Beste kommt noch erschienen. Ihre Lebensphilosophie erklärte sie Nachrichten 360 so, Ich mache keine Pläne mehr. Ich schiebe nichts mehr auf, ich lebe heute. Wenn ich etwas machen will, dann tue ich es gleich. Oder morgen. Ich habe gelernt, wie kostbar die Zeit ist. Ich weiß nicht, was übermorgen passiert. Die Trauerfeier findet laut ihrer Schwester am 1. Dezember auf dem Waldfriedhof im österreichischen Villach statt. Dort wird sie im Familiengrab beigesetzt, in dem auch ihre Eltern liegen.